Der Minijob. 450 Euro Maximalverdienst, steuerfrei. Über sieben Millionen Deutsche sind Minijobber. Auch wir haben uns beworben, als Regalarbeiter im Supermarkt. Hier kriegen Sie 5,80 Euro für Lagerarbeiten. Und als Putzkraft. Sogar im Deutschen Bundestag. Auch hier sind reguläre Arbeitsstellen verschwunden. Nähe Vollzeitstellen gibt's hier nicht. Ich muss mit Hartz IV aufstocken. Die Hartz-Reformen sind zehn Jahre alt. Minijobs waren ein Teil davon. Also in der Wirkung, was daraus geworden ist, war es ein Fehler. In dieser Größenordnung. Durch die Minijobs wuchs der Niedriglohnsektor. Vollzeitstellen wurden massenhaft gestrichen. Jeder fünfte Job ist ein Minijob. Im Grunde ein ganz normales Teilzeitarbeitsverhältnis mit Vorteilen für Arbeitnehmer. 450 Euro sind steuerfrei. Minijobber haben Anspruch auf Urlaub und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Sie sind rentenversichert, es sei denn, sie widersprechen. Berlin. Ich bewerbe mich in der Reinigungsbranche. Hier werden überdurchschnittlich viele Minijobs angeboten. Am nächsten Tag habe ich ein Vorstellungsgespräch. Es geht um eine Putzstelle für ein Hotel. Die Vorarbeiterin macht klar, was hier verlangt wird. Das ist ein Knochenjob. Sie wedeln nicht einfach mit dem Staubtuch rumputzen ihre Zimmer und gehen dann. Es kommt immer Extraarbeit hinzu. Aber ich bekomme 8,82 die Stunde. Ja, das ist der Mindestlohn. Aber sie müssen ihre Zimmer schaffen. In einer Stunde zweieinhalb Zimmer. Zwei Tage sind Training. Wenn sie danach gehen, gibt's kein Geld. Das müssen sie mir unterschreiben. Fragwürdig. Denn auch Probearbeit muss grundsätzlich bezahlt werden. Der erste Tag. Nach kurzer Einweisung Betten machen, Staub wischen, saugen. Pro Zimmer stehen 24 Minuten zur Verfügung. Das Badezimmer samt Toilette, Spiegel, Boden und verglaster Dusche putzt ausnahmsweise die Kollegin. Normalerweise müsste ich das gesamte Zimmer innerhalb der 24 Minuten alleine reinigen. Wer länger braucht, kriegt diese Zeit nicht bezahlt. Das ist unzulässig. Damit nicht genug. Arbeiten wie Müll wegbringen, Putzwägen packen oder Flure saugen kommen hinzu. Nein, diese Arbeiten werden auch nicht bezahlt. Das macht man nebenbei. Die bezahlen nur die Zimmer. Wenn man die nicht schafft, hilft ein Kollege. Aber man bekommt weniger Geld. Wir bitten die Firma um Stellungnahme, ob tatsächlich so genaue Zeitvorgaben existieren. Sie streitet alles ab. Unsere Kunden sind drei, vier und fünf Sterne Hotels, für die Qualität einen sehr hohen Stellenwert hat. Dies lässt sich nicht unter Zeitdruck gewährleisten. Tatsächlich zeigt unsere Erfahrung, die Arbeitszeit reicht in aller Regel nicht für die anfallende Arbeit. Arbeitgeber müssen für Minijobber pauschale Sozialabgaben leisten, prinzipiell auch bei Probearbeit. Frage an den Gewerkschafter Rainer Knärler. Ist unbezahlte Probearbeit legal, wenn der Arbeitnehmer sich einverstanden erklären musste? Das geht gar nicht. Das ist illegal. Das ist ungesetzlich. Das ist nicht nur Lohnbetrug am Arbeitnehmer. Das ist auch Sozialversicherungsbetrug. Denn für diese zwei Tage geht dem Staat alles an Sozialversicherungsbeiträgen verloren, was man sonst bekommen würde. Und insofern ist das auch Sozialversicherungsbetrug. Ich zeige Ihnen nochmal was. Da hat meine Kollegin, mit der ich zusammengearbeitet habe, den Flur gesaugt. Sie wird pro Zimmer bezahlt und dieses Flursaugen muss sie trotzdem machen. Das ist natürlich illegal. Das sind versteckte Akkordvereinbarungen. Wenn jemand eine Stunde Arbeitszeit anbietet und eine Stunde beschäftigt wird, hat er den Mindestlohn zu bekommen, der vereinbart ist. 8,82. Und dann kann man nicht hingehen und kann sagen, du musst in dieser Zeit zweieinhalb Zimmer schaffen. Das führt dazu, dass die Arbeitnehmerinnen häufig eben über ihre acht Stunden nochmal länger bleiben, um dann solche Arbeiten zu machen. Und das ist System. Das ist ja nicht irgendwie zufällig, sondern es wird systematisch so gemacht. Ist die Reinigungsbranche eine Ausnahme? Nächster Versuch. Der Einzelhandel. Ich suche eine Stelle als Minijobber. Vorteil für die Arbeitgeber? Überall, wo in kleinen Zeitfenstern gearbeitet wird, kommen Minijobber zum Einsatz. Mit ihnen vermeidet der Arbeitgeber Leerlaufzeiten. Hier kriegen Sie 5,80 Euro für Lagerarbeiten. Mindestens jede fünfte Stelle im Einzelhandel ist ein Minijob. Sie können Montag anfangen, 8,30 Euro die Stunde. Ich entscheide mich für das Angebot dieses Edeka-Marktes in Wolfsburg. 7,50 Euro die Stunde, dreimal pro Woche, jeweils vier Stunden. Regale einräumen. Für den ersten Tag gibt es kein Geld. Auch hier unbezahlte Probearbeit. Frühmorgens arbeiten hier viele Minijobber. Jeder hat seine Bereiche, die bis 9 Uhr eingeräumt sein müssen. Eine Kollegin fängt mit mir zusammen an. Sie räumt Drogerieartikel ein. Gleich sind meine vier Stunden um. Und das alles muss noch weggeräumt werden. Wie soll ich das denn schaffen? Sie wird länger arbeiten. Aus Angst, den Job zu verlieren. Früher, erzählen Kollegen, gab es mehr Arbeitskräfte. Nur noch Minijobber hier. Andere werden gar nicht mehr eingestellt. Ich arbeite ein paar Tage als Minijobber. Getränke einräumen, Pappe pressen, überzählige Ware ins Lager bringen. Meist reicht die Zeit, manchmal dauert es einfach länger. Das Lager ist muffig, dreckig, vollgestellt. Die Kollegen sagen, es bleibt einfach keine Zeit, hier aufzuräumen. Dieser Markt und drei andere gehören einem Kaufmann. Der kümmert sich offenbar nicht besonders um die Zustände. In der zweiten Woche. Besuch am Arbeitsplatz. Eine Betriebsrätin erzählt, dass man vergeblich mit dem Eigentümer verhandelt hätte, doch mehr Vollzeitkräfte einzustellen. Jetzt arbeiten sie an einer Petition und sammeln Unterschriften. Das Ziel, Vollzeitstellen erhalten, Abbau der Überstunden. Es sind unglaublich viele. 12.000 Überstunden. Also alle vier Läden, das sind dann ungefähr 200 Leute mit 12.000 Überstunden. Auch die 400-Euro-Kräfte machen auch Überstunden. Die machen auch Überstunden. Die Überstundenberge bedeuten, dass Arbeitskräfte fehlen. Hier steht zwar Edeka drauf, doch das Geschäft gehört einem eigenständigen Kaufmann. Er hat vier Märkte übernommen und ist inzwischen nicht mehr an Edeka-Tariflöhne gebunden. Er gibt keine Interviews. Der Betriebsratsvorsitzende erzählt, dass Vollzeitangestellte nach und nach verschwinden. Bei uns ist es halt so, dass diese Zersplitterung in Teilzeit und dann noch weiter zersplittert in 400-Euro-Kräfte so weit getrieben wurde, dass es fast schon so ist, dass so viele 400-Euro-Kräfte da sind wie Teilzeit und Vollzeit zusammen. Sascha Tietz begleitet mich zu einem weiteren Markt seines Arbeitgebers. Die Besonderheit hier, der Betriebsrat ist gleichzeitig Filialleiter. Er weiß, wirklich sparen kann man nur am Personal. Deswegen soll er Minijobber einstellen. Fritz Bartsch kämpft dagegen. Er will vernünftige Angestellte, vernünftige Arbeit, vernünftige Löhne. Ich bin ja jetzt schon seit 23 Jahren bei der Edeka-Gruppe und seit 12 Jahren hier als Filialleiter. Und ich habe gesehen, dass es immer mehr auf Lohndank hingeht und immer mehr gute Kräfte das Unternehmen verlassen haben. Minijobs, hieß es ja mal, dienen dazu, dass man nebenher Arbeit finden kann auf vernünftige Maße und so weiter. Aber Sie erleben das so, dass damit letztlich nur Lohndank betrieben wird? Es wird nur Lohndank mit betrieben. Also es entstehen äußerst selten mal daraus dann sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen. Also die dienen dazu, um womöglich noch tarifgebundene Mitarbeiter zu ersetzen durch halt geringfügig Beschäftigte, wie das so schön bei uns heißt. Minijobs sollten ursprünglich nur Brücken in Vollzeitstellen bauen. Über sieben Millionen Deutsche arbeiten als Minijobber. Knapp fünf Millionen gehen keiner anderen Beschäftigung nach. Andreas Dönert hat zwar eine Vollzeitstelle als Reinigungskraft, aber weil das Geld nicht reicht, putzt er auch noch als Minijobber. Eine 55-Stunden-Woche für insgesamt 1400 Euro netto. Seine Erfahrung, als Minijobber hat man immer schlechtere Karten. Also wenn ich mal eine Kleinigkeit habe, wie irgendwelche Schmerzen, die öfters mal vorkommen, wie eine Handgelenke, Schulter oder Rücken, aufgrund der hohen körperlichen Belastungen, dann weise ich auf die Zähne und gehe trotzdem zur Arbeit. Ist das ein Unterschied, wenn man im Minijob krank wird oder in der Vollzeitstelle? Also ist da schneller die Kündigung auf dem Tisch? Ja, viel schneller. Wenn dort irgendwelche Ausfälle sind, dann ist sofort die Kündigung auf dem Tisch. Das haben Sie auch schon erlebt. Das habe ich mehrmals schon erlebt. Erste Station, ein Bürogebäude in Berlin-Charlottenburg. Eineinhalb Stunden Zeit, bevor die Angestellten kommen. Toiletten reinigen, Flure saugen, Mülltüten austauschen. Das ist schon sein zehnter Minijob. Oft wurde gekündigt, weil er sich gegen Betrug gewehrt hat. Trotz Kündigungsschutz, der auch für Minijobber gilt. Insgesamt 2500 Euro musste er einklagen. Dieses Geld wurde nie freiwillig bezahlt, nur aufgrund von gerichtlichen Streitigkeiten konnte das für mich geltend gemacht werden. Woraus setzt sich das so grob zusammen? Das sind erstens fehlende Stundenleistungen, Zuschläge für die Kündigung. Sonntag-Wochenend-Arbeit, Nachtzuschläge und vor allen Dingen auch Wegezeiten und manchmal auch Unterbezahlung. Statt Zahlung eines Mindestlohers wurde dann statt den 8,82 nur 7 Euro oder 6,50 Euro bezahlt. Immer folgte die Kündigung. Weil viele genau davor Angst haben und ihre Rechte nicht kennen, werden Minijobber öfter betrogen, sagt Andreas Dönert. Heute arbeitet er 12 Stunden an drei verschiedenen Orten. Zusammen mit den Fahrzeiten ein 16-Stunden-Tag. Minijob heißt nicht Mini-Aufwand, sondern viel Arbeit und maximaler Stress. Also das sind Riesenängste und Druck seitens Arbeitgeber, der hier ausgeübt wird. Aber Sie lassen sich nicht kleinkriegen, oder? Nee, überhaupt nicht. Das, was ich leiste, möchte ich auch bezahlt bekommen. Und wenn ich jetzt auch für 5 Euro arbeiten gehen würde, erwarte ich ganz einfach, dass die Vereinbarungen, die vorliegen, auch erfüllt werden. Weil ich dadurch von meinem Arbeitgeber, egal wer das ist, ob Geschäftsführer oder Chef, meine Würde nicht verliere. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich. Mit welchen Tricks selbst große Unternehmen arbeiten, erfahre ich hier. Ein Minijob als Pakethelfer bei der Deutschen Post. Arbeitszeit? Dreimal die Woche, morgens von 3 bis 7 Uhr. Auch hier ist die erste Schicht unbezahlt. Das seien Schnuppertage, sagt der Vorarbeiter, um die Arbeit zu lernen. Er führt mich zur Vertragsunterzeichnung ins Büro. Dort liegt ein 20-seitiges Vertragswerk. Zwei Minuten Zeit, um es zu lesen und zu unterschreiben. Merkwürdig, als Vertragsdauer ist genau ein Tag angegeben. Danach erfolgt der Einsatz als Abrufkraft. Und außerdem steht dort, der Arbeitnehmer hätte kein Interesse an einer dauerhaften Beschäftigung. Was das zu bedeuten hat, weiß der Vorarbeiter auch nicht. Bitte bei allen Vertragsangelegenheiten das Personalbüro fragen. Wir müssen jetzt langsam mal anfangen hier. Ich bleibe misstrauisch, unterschreibe aber trotzdem. Der Arbeitsplatz ist an den Abladerampen der Post-Lkw. Dort erklärt ein anderer Vorarbeiter, was genau zu tun ist. Pakete vom Lastwagen heben und mit dem Strichcode nach oben aufs Band legen. Vier Stunden Schnupperarbeitstag, um zu sehen, ob der Minijobber die Arbeit körperlich oder intellektuell bewältigt. Das hat man nach fünf Minuten herausgefunden. Den Rest der Nacht arbeite ich umsonst. Ein paar Schichten verbringe ich in der Halle mit tausenden leichten, schweren, sperrigen, runden und eckigen Paketen. Niemand schreibt die Stunden auf. Ich komme einfach und gehe wieder. Einzige Abwechslung, der Alarm, wenn irgendwo ein Paket klemmt. Frage an den Vorarbeiter, wie man denn Urlaub planen könne und was bei Krankheiten geschieht. Auch er verweist ans Personalbüro. Minijobber haben Anspruch auf anteilige Urlaubstage und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Als ich mich im Personalbüro danach erkundige, zeigt sich, mit welchen Tricks die Post arbeitet. Durch den Eintagesvertrag entsteht gar kein richtiges Teilzeitverhältnis. Das nennt sich Abrufkraft. Deswegen haben sie weder Anspruch auf Urlaub noch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Die Post macht durch diese Verträge juristisch nichts falsch. Abgesehen von dem unzulässigen, weil unbezahlten Schnuppertag. Auf Anfrage will sich die Post zu Details nicht äußern. Minijobs gehören zu den Harzreformen, die seit zehn Jahren in Kraft sind. Die Idee war damals, schwarzarbeitende Putzfrauen in Privathaushalten zu legalisieren, sonst nichts. An dieser Universität arbeitet Professor Jobst Fiedler, der damals Unternehmensberater war, und zur sogenannten Harz-Kommission gehörte. Im Kommissionsbericht steht da nur, dass man prüfen soll für die Zukunft, ob man das auch auf andere Bereiche ausdehnen kann. Aber Sie haben die Büchse der Pandora geöffnet? Ja, ich will nicht bestreiten, dass sie damit geöffnet war, irgendwie die Büchse. Wie sehen Sie das denn von heute aus? Also wir haben heute... Ja, ich sehe es negativ. In den Wirkungen, die jetzt eingetreten sind, auch in der Größenordnung vor allem. Wir hatten mit sieben Millionen Personen, die jetzt Minijobs wahrnehmen, nicht gerechnet. Professor Fiedler plädiert inzwischen für eine Quote. Unternehmen sollten Minijobber nur in begrenztem Umfang beschäftigen dürfen. Er verurteilt die Ausbreitung der Minijobs. Sie dienen nur dem Abbau von Vollzeitarbeitsplätzen und zum Einsparen von Personalkosten. Das geschieht oft in aller Stille und ohne, dass es jemand merkt. Auch hier. Die Leute, die hier sauber machen und sowas, haben Sie hier bei den Putzkräften Minijobber? Die haben wir gar nicht, sondern das macht irgendein Service, den wir, also den, glaube ich, die Hausverwaltung sogar beauftragt hat. Ja, aber da können Sie doch warten, was das für Leute sind, die hier sauber machen. Vermutlich ja, die sehe ich gar nicht. Die machen das frühmorgens, die sehe ich gar nicht. Aber die machen das nicht, also wir sind nicht der Auftraggeber. Ja, na gut, aber Sie geben das Gewerk raus, ne? Also ich gehe in den Supermarkt und weiß, dass es Minijobs, ich finde hier ein Büro vor, das wieder sauber ist. Ich gehe in ein Hotel irgendwo und weiß, dass es Minijobber ist. Das ist unsichtbar, ne? Ja, ja. Ich habe mich bei einer weiteren Reinigungsfirma beworben. Sie putzt Büros von Abgeordneten des Bundestags. Zutritt zur neuen Arbeitsstelle nur mit speziellem Sicherheitsausweis. 5 Uhr morgens. Zusammen mit einer Kollegin reinige ich Abgeordnetenbüros sämtlicher Parteien. Die Kollegen arbeiten entweder als steuerpflichtige Teilzeitkräfte oder als Minijobber. Vollzeitkräfte begegnen mir gar nicht. Viele erzählen, dass sie gerne mehr arbeiten würden. Ich habe immer wieder nach einer Vollzeitstelle gefragt, aber die sagen, es gibt keine. Ich stehe jetzt schon seit Monaten auf der Warteliste. Im Moment stocke ich noch mit Hartz IV auf. Der nächste Tag. Ich erfahre, dass die Fahrzeiten, wenn man in verschiedenen Objekten putzt, nicht immer gezahlt werden. Eine von uns, die putzt erst hier und danach im Bundeskriminalamt. Die Fahrzeit dazwischen? Nein, das wird nicht bezahlt. Die muss auch mit Hartz IV aufstocken. Einige kündigen auch, weil es hier so gut wie keine Vollzeitstellen gibt. Im Fahrstuhl treffe ich zufällig die Vorarbeiterin und gebe vor, Vollzeit arbeiten zu wollen. Ich erkundige mich auch gleich nach den Wegezeiten. Vollzeit ist schwierig, da gibt es kaum Stellen. Sie müssen warten, bis was frei wird. Ja, und die Wegezeiten? Ich weiß nicht, ich glaube, das wird nicht bezahlt. Auftraggeber ist der Deutsche Bundestag. Er hat diese Reinigungsfirma engagiert. Mehrere ehemalige Mitarbeiter berichten, dass im Krankheitsfall gekündigt wird. Auch Überstunden, Wegezeiten und Nachtzuschläge würden nicht immer bezahlt werden. Drei Mitarbeiter sagen ein ausgemachtes Interview kurzfristig wieder ab. Ja, schade. Okay. Alle haben Angst, in der Branche keinen Job mehr zu bekommen oder Kollegen zu gefährden. Einer entschließt sich doch zu reden. Über ein Jahr lang hat er in der Firma gearbeitet. Die meisten in der Firma haben einen Minijob. Ein Kollege hat morgens in einer Schule geputzt. Danach in einem Bezirksamt. Die 45 Minuten Fahrzeit dazwischen wurden nicht bezahlt. Das heißt, wenn man eine Vollzeitstelle hat, dann wird es bezahlt. Aber so in Teilzeit- oder Minijobs werden die Wegezeiten... ...werden nicht bezahlt. Von wie vielen Leuten wissen Sie da? Ich habe das dauernd erlebt. Das Thema wurde totgeschwiegen. Ich hatte auch manchmal Objekte, da gab es keine Sonntags- und Nachtzuschläge. Dann hieß es, der Kunde zahlt keine Zuschläge, deswegen können wir dir auch keine zahlen. Der Geschäftsführer gibt uns ein Interview. Zwei Drittel der Mitarbeiter sind Minijobber. Die Firma, erzählt Michael Groß, reinige 1600 Supermarktfilialen. Das ginge nur morgens in begrenzter Zeit. Mehrere Minijobber seien praktischer als eine Vollzeitkraft. Ich konfrontiere ihn mit den Vorwürfen der ehemaligen Angestellten. Also ich habe mit bestimmt fünf, sechs Leuten gesprochen, die auch glaubhaft versichern, dass eben die Wegezeiten bei Ihnen nicht bezahlt werden und dass das die Regel ist. Wenn das wirklich in der Tat so sein sollte, bin ich mir auch da ganz, ganz sicher. Das sind Einzelfälle, das sind vielleicht auch hier und da der ein oder andere Objekleiter. Das sind sechs Leute bekannt. Okay, sechs Leute sind Ihnen bekannt, packen wir doch ein paar drauf. Wir beschäftigen ein paar Tausend. Da können wir schon irgendwo über Einzelfälle reden. Vielleicht ist es auch ein Problem dann, dass der zuständige Objektleiter irgendwie unter Druck geraten ist. Es gibt bei uns definitiv keine klare Anweisung, dass wir keine Wegezeiten bezahlen. Das gibt es bei uns nicht. Die Firma Clean Garant ist nicht in der Gebäudereinigerinnung. Warum achtet der Auftraggeber nicht darauf, zumal es sich um die Bundestagsverwaltung handelt? Als letzte Instanz ist der Präsident des Deutschen Bundestages Norbert Lammert zuständig. Wochenlang versuchen wir ein Interview zu bekommen, vergeblich. Wir entscheiden, einen seiner Vorträge zu besuchen, ein letzter Versuch. Das machen wir jetzt nicht. Wir haben leider keine andere Möglichkeit bekommen, mit Ihnen zu sprechen zu dem Thema. Nein, nein. Jetzt haben wir eine Veranstaltung zu einem anderen Thema, zu der eingeladen worden ist. Und die lassen wir jetzt nicht zu einem anderen Anlass umfunktionieren. Können wir dann an einem anderen Anlass mit Ihnen zu dem Thema sprechen? Sie können gerne in Berlin sich nochmal melden. Und dann sage ich Ihnen gerne dazu ein paar zusammenhängende Bemerkungen. Wir nehmen ihn beim Wort. Und tatsächlich, eine Woche später bekommen wir doch unser Interview. Die Vorwürfe, dass im Bundestag Minijobber ausgebeutet werden, sind Norbert Lammert nicht neu. Wir sind jedem konkreten Fall nachgegangen, haben in einzelnen Fällen diese vorgetragenen Beschwerden auch für berechtigt gefunden. Und haben, soweit ich das jetzt übersehe, auch in allen diesen Fällen für Abhilfe sorgen können. Was mich überrascht ist, dass Sie Firmen beauftragen, die nicht mehr in der Gebäudereinigerinnung sind. Es kann jedenfalls nach geltendem Ausschreibungsrecht dies nicht eine Kondition sein, von der die Auftragsvergabe abhängt. Da stehe ich gewissermaßen auch vor Grenzen meiner eigenen Möglichkeiten. Ich kann nur die eingehenden Angebote unter dem Gesichtspunkt Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit, Eignung des jeweiligen Anbieters prüfen. Selbst der Staat fördert die Ausbreitung der Minijobs. Immerhin, Missbrauch bekämpft er. Unterwegs mit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls. Gut 30 Beamte sollen eine Reinigungsfirma kontrollieren. Die Arbeitskräfte werden am Eingang abgefangen und in der Kantine befragt. Jeder hier muss seine Personalien nachweisen können und vor allem, wann, wo und wie viel er arbeitet. Diese Daten werden mit den Unterlagen der Reinigungsfirma verglichen. Überall, wo die Angaben nicht übereinstimmen, besteht zumindest der Verdacht auf unversteuerte Mehrarbeit. Eine Putzkraft hat offenbar den Tag über schon in der Küche gearbeitet und keine Stunden für die Spätschicht eingetragen. Ein erster Anhaltspunkt für Einsatzleiter Rudolf Reinhardt. Ja, aber dann arbeitet sie ja nicht von 18 bis 21 Uhr. Das ist falsch. Das ist eine falsche Angabe. Es wäre ein üblicher Trick. Minijobber einfach mehr arbeiten lassen und diese Stunden unter der Hand ausbezahlen. Der Verdacht ist hier, dass die Stunden auf der Hand nicht korrekt geführt werden. Schwarzarbeit. Das ist unter dem Begriff Schwarzarbeit zu subzumieren. Im Moment bleibt es beim Verdacht. Erst die Prüfung in der Firmenzentrale wird Gewissheit bringen. Von dort kommt auch diese Dienstanweisung für die Minijobber. Die tägliche Arbeitszeit steht dort ist zwei Stunden. Dazwischen 15 Minuten Pause. Das findet Rudolf Reinhardt unglaubwürdig. Er vermutet, dass in den 15 Minuten gearbeitet wird. Also, es ist so, so nach dem Motto, also weil sie ihm nicht abnehmen, dass er so nett ist und seinen Leuten 15 Minuten Pause geht pro Schicht, irgendwie gehen sie davon aus, dass er das aus seinem Anleihenboden macht. Ja, genau. Ist das dann Ihre Erfahrung, dass an so kleinen Schrauben gedreht wird? Also entspricht das den Erfahrungen, die Sie hier machen? Also, auch wenn es jetzt nur eine geringfügige Zeit ist, aber wenn man das dann hochrechnet, also 15 Minuten bei 40 Personen, das sind am Tag 10 Arbeitsstunden. Die werden möglicherweise dem Auftraggeber berechnet. Ein alltäglicher Trick, auf den wir immer wieder gestoßen sind. Betrug in kleinem Ausmaß, aber in der Summe rechnet es sich. Denn es gibt Millionen Minijobber. Seit Anfang 2013 können sie 450 Euro steuerfrei verdienen und sind rentenversicherungspflichtig. Es sei denn, sie widersprechen. Die Politik will damit Altersarmut vorbeugen. Doch Experten sehen zwei Hauptgefahren. Minijobs verdrängen Vollzeitstellen und die erworbenen Rentenansprüche sind verschwindend gering. Im Auftrag des Arbeitsministeriums berät Viveka Ansorge, Unternehmen und Minijobber mit dem Ziel, Vollzeitstellen zu schaffen. Auch sie sieht die Neuregelungen kritisch. Durch die Erhöhung der Verdienstgrenze auf 450 Euro ist die Gefahr groß, dass sich immer mehr Menschen in solchen Arbeitsverhältnissen wiederfinden. Und dass sie keine Vollzeitstellen finden. Richtig. Es gibt ja bestimmte Branchen, die nur noch in einer kleiner werdenden Zahl sozialversichtspflichtige Vollzeitstellen anbieten. Und das ist natürlich für die Menschen, die in diesen Branchen Arbeit suchen, zum Teil ein großes Problem. Dass die Beschäftigten in den Minijobs sehenden Auges da in Risiken reinlaufen, das ist ihnen oft nicht bewusst. Deshalb sind sie ja zunächst einmal ganz einverstanden damit, denn sie haben ja sozusagen im Moment mehr Geld in der Tasche, so scheint es ihnen. Aber die Folgen für später, vor allen Dingen fürs Alter und für die Rente, sind ihnen nicht bekannt. Zurück in Wolfsburg. Vor sechs Wochen habe ich ein paar Tage in diesem Edeka-Markt gearbeitet. Die Belegschaft befürchtete Arbeitsplatzabbau durch Minijobs. Was ist aus dem Protest geworden? Hier erfährt der Betriebsrat das Ergebnis einer Umfrage unter den 230 Mitarbeitern. Wesentlich mehr Kollegen als erhofft haben sich dafür ausgesprochen, die Kampagne fortzusetzen. Denn die Angst vor noch mehr Minijobs ist berechtigt. In der Zwischenzeit wurden neue Leute eingestellt bei euch? Ja. 400 Euro Kräfte oder? Ja, nur. Nur. Also wir haben, wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege, aber zumindest hat der BR keine anderen Einstellungen bekommen. Wie bewertet ihr das? Dass offensichtlich gar nicht in Erwägung gezogen wird, die Beschäftigungsstruktur in irgendeiner Form zu ändern, sondern eher dieses Modell mindestens so weitergefahren wird. Offenbar will der Eigentümer der vier Märkte keine Vollzeitstellen mehr schaffen. Deswegen organisiert die Gewerkschaft Verdi den Protest bei der regionalen Edeka-Zentrale in Minden. Formal ist diese gar nicht zuständig. Die Wolfsburger Märkte gehören einem selbstständigen Kaufmann. Doch so einfach wollen es die Gewerkschafter der Edeka nicht machen. Wir erwarten uns einfach, dass die Edeka sich schon darüber bewusst ist, dass wenn wir das Logo tragen und auch das Image mittragen, dass die Edeka auch Verantwortung trägt. Ein sehr routinierter Pressesprecher nimmt die Petition der Wolfsburger entgegen. Und auch er beruft sich darauf, dass er für die Wolfsburger Märkte nicht zuständig sei. Okay, das werden wir uns mit Sicherheit in aller Ruhe und Ausführlichkeit anschauen. Auch die Vorstände hier im Haus logischerweise werden uns mit der Materie als solcher befassen und beschäftigen und dann werden sie auch von uns was hören. Edeka erklärt uns später, Minijobs seien unverzichtbar für den Einzelhandel. Für die Anzahl der Minijobber und ihre Löhne seien die Inhaber der Märkte verantwortlich. Apropos, für meinen Job als Regalhelfer ist auch nach Wochen noch kein Geld auf meinem Konto. Boah, keine Ahnung. Wer waren Sie nochmal? Ich kümmere mich gleich mal drum. Bis heute ist trotz mehrmaliger Nachfrage kein Geld eingetroffen. Das muss keine übliche Praxis sein, sagt aber vieles über Minijobs aus. Wer seine Rechte nicht verteidigt, verliert sie. Das gilt auch und gerade bei Minijobs. Wir sehen uns beim nächsten Mal.